moin meine lieben freunde ob hier jetzt bei instagram auf meiner facebook seite oder auch bei youtube ich habe jetzt einen tag gebraucht um darüber oder darauf um zu grübeln ob ich überhaupt darüber rede aber ich denke doch ihr seid ja schon so ein bisschen mit im bild deswegen denke ich mal ist das schon in ordnung gestern ist es zu einer situation gekommen die ich persönlich so in dem zusammenhang noch nie hatte also wirklich noch nie hatte das war schon krass erschreckend wirklich erschreckend und worum geht es jetzt also wer es mitbekommen hat jetzt nicht mitbekommen hat erläutere ich das einmal ganz kurz wir haben ja eine fast vierjährige tochter meine frau und ich das wäre mir drei kinder sohn zwei töchter und unsere kleinste ist ja auch gerade mit meiner frau quasi schon seit knapp drei wochen in hamburg in einer spezialklinik wo es halt eben um autismus geht das heißt unsere kleine tochter ist autistisch und hat somit natürlich auch verschiedene verhaltensmuster die sie an den tag legt die sich von anderen kindern unterscheiden nennen wir es einfach mal so ich tue mich immer schwer zu sagen das ist eine erkrankung ja also schon medizinisch sagt man autismus ist eine erkrankung ja aber eigentlich ist es ja keine erkrankung das ist einfach unser mädchen ist halt eben etwas besonderes nun denn war so dass die am wochenende jetzt nach hause durften zu besuch kommen durften das heißt gestern morgen also am samstag habe ich leddie also meine frau und und finnchen aus hamburg abgeholt aus der klinik finne hat sich tierisch gefreut na wo papa sehen und so sehen uns ja auch nur selten ich kann auch nicht jeden tag hinfahren wir haben auch zu tun da und naja dann ist das halt eben so samstagmorgen bis sonntagabend sonntagabend 19 uhr also knapp von der stunde musste ich sie dann ja hier wieder her bringen ich bin immer noch in hamburg und dann waren sie gestern zu hause finne war richtig gut drauf sie macht er fortschritte sie macht auch richtige oder sie zeigt auch erfolg oder es zeigt erfolge also diese diese unterstützung auch durch die klinik insgesamt ja und dann war es halt eben so dass wir uns dann überlegt haben so was essen wir und da müssen wir noch einkaufen und da sagte finne autofahren und das ist eins ihrer größten hobbys hört sich jetzt doof an aber wenn sie hört ich vereinkaufen dann möchte sie mit dann war das bisher immer so dass ich sie in den einkaufswagen reingesetzt habe sagen wir mal so setzflächen flächen wo man das geht also ein bisschen nach vorne klappen kann aber mit fast vier jahren ist sie einfach schon zu schwer dafür so und dann habe ich gesagt na ja sie ist so gut drauf und wir versuchen es mal mein sohn ist auch mitgekommen der wird jetzt im oktober schon 17 also ist auch kein kleines kind mehr und haben gesagt wir fahren mit finne los einkaufen nach möllen zum marktkauf kaufen wir noch was ja was wir uns dann zum essen machen und so gut dann habe ich mir gedacht gut dann lässt so viele mal mal mit in den laden reinkommen irgendwann muss man sowas ja auch mal trainieren üben haben wir gemacht wir sind auf dem weg nach möllen gewesen finne super gute laune gehabt wie schon gesagt autofahren ist ihr größtes hobby sie liebt das auto zu fahren scheinbar beruhigt sie das auch so ein bisschen und wo andere autisten sagen autofahren alles bewegt sich um sie herum ist eine katastrophe ist bei ihr halt eben nicht so sondern sie liebt autofahren sie mag es auch nicht hört sich total blöd an wenn ich jetzt irgendwo drei straßen weiter mit ihr fahren würde mit dem auto würde sie schimpfen dass wir so wenig auto gefahren sind da müsste ich erst mal drei vier runden durch ratzeburg fahren oder wo auch immer wir gerade sind bevor wir diesen laden ansteuern damit sie ihre ration autofahrt halt eben auch in nötiger länge bekommt und damit alles gut ist so auf dem weg dahin war alles okay dann kam er dann beim marktkauf in möllen an geparkt raus ich sag bleib bitte bei mir hier fahren autos hat wunderbar funktioniert sie kann man die hand alles alles erfolge was bisher fast undenkbar gewesen ist mich natürlich tierisch gefreut sohnemann auch er hat auch gemerkt die haben sich ja auch alle lange nicht gesehen menschen hat sich echt zum positiven geändert nun gehen wir rein in den laden alles so okay soweit jetzt müsst ihr euch vorstellen für die die den marktkauf im mörn nicht kennen ich wollte was aus der gefrierkühltruhe haben und das ist nun mal ganz hinten am laden also dahin das hat soweit wunderbar funktioniert und dann waren bei den gefriertruhen sind solche einkaufstüten die man kaufen kann die oben mit so einem clipper verschluss sind wo man dann seine tiefkühlsachen reintun kann damit es nicht auftaut bis man zu hause ist oder was ihr wisst was ich meine die großen einkaufstüten wo man die dinger da rein macht dann das essen wie auch immer nun hat sie eine so eine tüte genommen und dann habe ich ihr auch gesagt ich sagte wir brauchen so eine tüte nicht wir haben tüten im auto alles ist gut hängen sie bitte wieder hin und nun lange rede kurzer sinn ist sie mit dieser tüte losgestratzt einmal bis nach ganz vorne zum laden also fast in der nähe von den kassen ich kam so schnell gar nicht hinterher sohnemann ist natürlich auf abstand und auch nicht so schnell hinterher ist auch so ein ding sie darf sich nicht verfolgt fühlen und dann ist sie am ende angekommen und hat sich dann allerdings ohne theater hat sie sich auf den rücken gelegt und hat diese tüte festgehalten weil sie die tüte haben wollte und das ist das problem ein einfaches nein reicht nicht man muss sie erklären wieso wir diese tüte jetzt nicht mitnehmen möchten das ist halt ein bisschen aufwendiger als bei anderen kindern das ist so das sieht vielleicht von außen denn das steht einem ja auch nie nicht auf die stellen geschrieben ich bin autist oder so aber dazu kommen wir aber sie von außen sicherlich ein bisschen eigenartig aus naja wieso reden die eltern so komisch mit den kindern so etwas langsamer und sachlich man darf auch nicht emotional wenn man darf nicht laut werden man darf nicht traurig sein also emotionen darf man nicht mit reinbringen es muss einfach auf der sachebene muss man den kind sagen nein brauchen wir nicht weil wir haben eine tüte im auto so also man muss halt ein bisschen zeit aufwenden nun war mein sohn als erstes bei ihr sagt ich hätte gerne die tüte weil wir haben welche im auto und sie hat die ganz fest an sich geklammert so ne man hat die tüte nicht bekommen so und als ich dann bei fine war lag sie dann auf dem fußboden auf dem rücken hat sie sich hingelegt nicht hingeschmissen sie hat sich einfach auf den buchboden gelegt und habe ich gesagt wir brauchen sie nicht aber wir haben ja jetzt hier unseren einkauf wir gehen gleich zur kasse dann bezahlen wir und dann fahren wir nach hause und dann machen wir auch leckeres essen so und habe ihr das dann erklärt und habe gesagt wir haben keinen wir brauchen keine tüte weil das sind hat halt eben sachen in der hand papa hat sachen in der hand es reicht wir brauchen keine tüte die tüten im auto reichen aus sie hat mir dann freiwillig die tüte wieder gegeben und ist auch aufgestanden dummerweise und jetzt kommt eigentlich das krasse an dieser ganzen geschichte dummerweise war da wo sie hingelaufen ist in der nähe diese spielzeug abteilung und da war so ein so ein podest ständer sag ich mal da waren kuscheltiere drin und sie liebt ja hasis ohne ende sind ja ihre lieblingstiere kuscheltiere und genau der hasi den sie hat in gelb war da in rosa den hat sie natürlich sofort gesehen und rausgenommen hasi haben hasi haben ich sage nein möchten wir jetzt nicht mitnehmen wir wollen nur unser essen einkaufen und so weiter es hat nicht lange gedauert da ist sie völlig ausgerastet die hat darum gebollt geschrien wollte diesen hasi haben ich habe es versucht mit ignorieren ich habe es versucht mit auf der sachebene mit ihr zu kommunizieren es hat nichts gebracht sie hat sich wie eine also wie von der tarante gestochen auf dem fußboden geschmissen mit dem hinterkopf auf diesen fliesen fußboden rauf geknallt immer wieder so dass ich dann auch dazwischen gegangen bin damit sie sich da nicht noch verletzt ist auch so ein problem bei ihr und in dem moment bist du als elternteil du stehst da du bist eigentlich bist absolut hilflos das sind diese sogenannten meltdowns oder overloads so nennt man das da das sind dann eben zu viele reize zu viele einflüsse und da kannst du nichts machen und wenn du da anfängst irgendwie auf die autoritäre schiene zu kommen dann macht man es eigentlich eher noch schlimmer gut weiß man ja auch so wenn man dann damit zu tun hat zumindest lernt man das ja selber aus den lernprozess auch für die eltern gut sie hat auf jeden fall absolute wutausbrüche bekommen und gebrüllt und geschrien und geschrien und geschrien und hat nicht mehr aufgehört natürlich guckten auch die anderen kunden alle schon so in die richtung müssen da los das hatte aber zu dem zeitpunkt halt eben keiner was gesagt es ist aber so weit gekommen weil irgendwann muss man diese situation einfach unter kontrolle bringen ich habe gemerkt das funktionierte nicht es waren 10 15 minuten locker mein sohn hat sich schon so ein bisschen rausgehalten das hat er auch gelernt dürfen ja nicht mehrere leute auf das kind einreden das funktioniert auch nicht sondern hat ein bisschen ist müssen zur seite auch aus ihrem aus ihrer eigenen aura da raus damit er nicht als als bedrohenden gilt oder was auch immer und ich habe versucht auf ihn einzugehen und habe ihr irgendwann gesagt pass auf mäuschen na prinzessin wenn das jetzt hier nicht funktioniert dann musst du bei papa auf den arm kommen und wollte sie nicht dann allerdings in ihrem wut ausbruch da hat sie natürlich auch geweint geschrien geheult ist sie dann in meine arme und hat auch gesagt papa arm dann habe ich sie auf den arm genommen haben den hasi zusammen wieder weggelegt auf den arm genommen und sind zur kasse gegangen und sie hat weiter geweint 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 für mich persönlich emotional das schlimmste war dass sie gesagt hat papa aua papa aua es tut weh aua und damit meinte sie natürlich nicht dass ich sie auf dem arm hatte wo die situation dass sie einen hasen nicht bekommt sondern ihr müsst euch das so vorstellen sie wird so überladen mit reizen mit informationen das was ihr bei ihrem kopf vorgeht tut ihr weh sie ist ein kleines kind also sagt sie papa aua das kann von außen natürlich dann auch schon mal so klingen ich tue ihr weh ja ich meine ich habe sie ja nur auf dem arm gehalten und sagte immer papa aua und ganz dicke kula tränchen liefen das tat mir dann natürlich weh weil ich gemerkt habe ihr tat diese situation wie ihr tat es selber weh so nach dem motto papa bei mir oben im kopf stimmt gerade was nächstes tut mir weh aua papa es tut weh aua und dann auch mit ihrem kopf dann auf meine schulter und ganz erbitterlich geweint aber mein ganzes t-shirt war klitschern das alleine von den tränen und stehen wir an dieser kasse an und hinter mir steht ein mann ich weiß nicht so 50 oder was schätze ich den 50 mitte 50 mit einmal pöbelt der fine an sie guckt ihr über meine schulter nach hinten und pöbelt sie direkt an was bist du bloß für ein furchtbares mädchen also richtig angeschrien leute ich habe mich umgedreht und habe ganz ruhig gesagt sie ist autisten ich sage euch ehrlich ich hätte sicherlich anders reagiert ich gebe es ehrlich zu ich bin kein gewalttätiger mensch und gewalt ist auch keine lösung aber ich weiß gerade in diesem moment hätte ich den jetzt angeranzt den mann also nach dem motto so redest du nicht mit meinem kind oder was auch immer weil ich weiß jeder würde jetzt hier in die kommentare schreiben den hätte ich aber und genau das ist das das darfst du nicht machen weil viele würde dann mitbekommen dass ich emotional erregt bin dass ich laut werde und das würde sie noch heftiger trägern aus diesem grunde bin ich eigentlich selber in dieser situation auch gefangen und kann auch nicht ich habe zu 100 prozent gerade mit meinem kind zu tun und mich um mein kind zu kümmern da kann ich mich nicht noch um irgendwelche umliegenden leute kümmern und er brüllt sie da an was sie für ein furchtbares mädchen ist da habe ich mich umgedreht habe gesagt sie ist autistin und nicht furchtbar und drehte mich wieder um dann lachte er ja ja alles klar sagt er also völlig abwertend das habe ich schon gar nicht mehr weiter beachtet aber er hat nichts weiter gesagt vor uns war eine frau die war gerade dabei an der kasse wollte sie gerade bezahlen und das fand ich eigentlich am krassesten liebermarkt kauf in mölln die kassiererin sitzt da und sagt in einer absolut abfälligen art und weise zu der kunden die vor uns war die gerade bezahlen wollte ich kriege gleich einen hörsturz mann und zeigt mit dem finger auf fine redet aber mit der kunden und die kunden fängt an zu lachen hat irgendwas gesagt ich habe es nicht gehört was die kunden gesagt hat weil ich natürlich fine weinenderweise auf dem arm hatte aber die kassiererin hat ordentlich richtig schön laut und richtig abfällig und mit finger drauf zeigen ich kriege gleich einen hörsturz und so ich ehrlich mein sohn guckte mich schon völlig fassungslos an selbst er in dieser situation sondern motto papa was machen wir jetzt ich konnte ja gar nicht reagieren ja ich konnte nicht reagieren das einzige was war wir mussten raus da aus diesem laden nun kam wir aber nicht daran vorbei ihr wisst corona und alles mit abstand halten und die schlange ist lang da komme ich nicht vorbei es war nur eine kasse auf so und dann waren wir dran dann habe ich der kassiererin ganz normal hallo gesagt weil ich natürlich mir auch denke okay gut die leute wissen nicht das steht bei fine ja nun mal nicht auf den stirn geschrieben ich bin ich bin autistin das ist manchmal könnte so was normal sein was für dich als nicht normal erscheint sag ihr hallo da hat sie mein hallo noch nie mal wieder die hat mich völlig links liegen lassen so nach motto seht zu dass ihr euch jetzt hier aus dem laden verpisst genauso hat die mich auch angeguckt ernsthaft und das ist nicht übertrieben das habe ich ich habe da genau darauf geachtet der mann dahin hinterher ob der noch was gesagt weiß ich nicht aber sie so richtig alter jetzt kommen sie zu ja und hat hat ganz schnell alles rübergezogen da über den scanner ja und dann schnell die summe reingeschmissen in den arm so nach dem motto nimm bloß dein kind und hau ab hier genau so hat sie auf mich reagiert als vater und ja vorher diesen spruch den sie da halt eben diese anderen kunden ja die überhaupt nichts mit der situation zu tun hatte darum die ungehauen hat ich habe mich sowas von erniedrig gefühlt das könnt ihr euch nicht vorstellen ernsthaft jetzt ich habe mich richtig erniedrig gefühlt das ist ein absolutes no go auf der rückfahrt im auto ging es noch fast bis ratzeburg so weil sie sich natürlich eingeschossen hat aua es tut weh papa und dann kam wiederum hinzu wohl die bei ihr die erkenntnis sie hat den hasi halt eben nicht bekommen sie ist ein vierjähriges kind oder sie wird jetzt vier aber ihr ist das ja nicht nur der autismus sondern es ist ja auch es ist ein normales kind ja und jedes kind im alter von drei bis sechs ja versucht natürlich seine grenzen rauszufinden versucht seinen willen durchzudrücken im laden einkaufsladen ich will jetzt aber das spielzeug unbedingt haben und auch dieses mit auf den boden schmeißen das machen ja nicht nur autisten oder adhs oder was auch immer was sondern das machen ja auch kinder die halt eben nicht kein autismus haben kein adhs haben das sind einfach grenzen austesten so und diese kombination von autismus und in dem alter grenzen austesten das ist eine hausnummer autofahrt bis ratzeburg in ratzeburg hat sich sein gelegt da konnte ich ein bisschen ablenken weil sie findet das gelbe rathaus in ratzeburg weil es halt eben gelb ist ein riesenhaus und gelb und eine andere farbe als andere und da ist auch so eine kopfsteinpflasterstraße des gehoppelt macht sie diese monotonen laute was autisten auch gerne machen sie auch aber das verändert sich ja wenn man über eine hoppeltstraße fährt ich sagte immer auch wir fahren über die hoppeltstraße und dann freut sie sich da war dann tatsächlich das so ein bisschen vergessen aber ich sage euch ganz ehrlich auf der rückfahrt im auto ich also erstmal mir liefen wirklich die tränen weil ich selber mit der situation das gebe ich ehrlich zu ich bin erwachsener mann ich werde nächstes jahr 40 und ich weiß in meinen videos bin ich da auch mal laut und cholerisch oder wie auch immer und mag alles sein und arbeite im rettungsdienst und naja wisst ihr alles aber in dem moment bin ich einfach nur vater gewesen und diese gesamte situation also ernsthaft da gibt es kein erfolgsrezept da gibt das auch keinen da kann man einfach nur um verständnis der mitmenschen betteln und genau das ist dieser springende punkt was ich eben sagte da komme ich gleich noch zu dieses sieht bei ihr steht nicht autismus oben auf der still geschrieben ja für einen bruchteil einer sekunde habe ich überlegt ob ich mir ein t shirt design lassen mit ich bin autist na vielleicht mit dem smiley oder also für viele jetzt ja dann habe ich so gedacht naja gut vor einigen jahrzehnten hat man hier in deutschland auch bestimmte personengruppen mit bestimmten kennzeichnungen gebrannt markt und hat gesagt hier da war es dann in sternform ihr wisst was ich meine ja das ist genau das ding warum ich sage ich möchte es eigentlich nicht möchte nicht das weil sie ist ein mensch wie jeder andere auch sie ist ein ganz normales kind ja sie hat besonderheiten aber sie ist ein ganz normales kind und ich erwarte ich erwarte von meiner umgebung dass diese nicht in solche situationen eingreift in form von das kind anschreien wie wir es in der vergangenen woche hatten in dieser eisdiele hier in alzerdorf das war ja die erste situation wo da sich andere gäste von fine gestört gefühlt haben sie angepöbelt haben hatte ich darüber berichtet findet ihr hier auf meinem instagram profil und auch auf meiner facebook seite könnt ihr mal gucken das war letzte woche freitag aber ich erwarte einfach von meiner umgebung weil ich das einfach auch selber nicht tue wenn ich sehe es gibt auch ich habe das schon mitbekommen ich bin alleine einkaufen und dann ist ein kind das flippt aus ich würde mir nie nie im leben anmaßen dieses kind anzubrüllen anzupöbeln mit dem finger drauf zu zeigen schon gar nicht wenn ich in diesem laden arbeite ja also ich habe mit kunden zu tun da kommen älter mit ihren kindern rein da kommen ältere leute rein zeigt man dann auch mit dem finger auf ein schwules pärchen zum beispiel oder so ja also wo fängt es an wo hört es auf man zeigt generell nicht mit dem finger auf andere menschen und das ist halt eben so ein ding schon gar nicht bei eltern mit den kindern ja einzige ausnahme ist wenn man irgendwo sieht dass irgendjemand der elternteile ein kind irgendwie wahllos verprügelt wie verrückt oder sowas ja das ist natürlich was anderes aber ich habe ganz offensichtlich absolut ruhig in dieser situation reagiert ich habe auf der sachebene versucht zu kommunizieren mit fine ich habe versucht es zu lassen indem ich sie einfach nicht beachte das funktioniert manchmal auch weil sie sich dann bedrängt fühlt was auch immer ja und da kommen da irgendwelche wildfremden leute pöbeln mein kind an und was ich noch viel viel schlimmer finde angestellte aus diesem laden äußern sich anderen kunden abfällig gegenüber über meine tochter und behandeln mich danach wie dreck los verpisst euch hier weil das ist das gewesen das finde ich eigentlich am schlimmsten in dieser situation was würdet ihr tun würdet ihr euren kindern ein t-shirt anziehen wo drauf steht ich bin autisten mit dem smiley oder würdet ihr es nicht machen ich habe keine ahnung ich habe auch mit meiner frau wie schon gesagt das war gestern abend war es heute abend äußere mich erst dazu ich musste das erst mal verarbeiten soll ich ganz ehrlich musste das erst mal für mich erst mal revue passieren lassen was ist eigentlich gestern passiert als erwachsener mensch also wo man eigentlich sagt man steht mit beiden beiden im leben und ich habe auch schon viel leid und kummer gesehen gerade aus beruflicher sicht ich arbeite seit fast 17 jahren im rettungsdienst da siehst du alles da kriegst du alles mit auch alle altersklassen kinder irgendwas irgendwelche schlimmen sachen aber sowas ich habe mich selber ich habe mich nicht geschämt für mein kind ich habe mich geschämt für diese auch nicht für die von meinem kind ausgelöste situation ich möchte auch betonen sie hat wirklich geschrien gebockt auf dem fußboden mit dem kopf auf dem fußboden geknallt alles volles programm also sie hat da richtig alle haben gemacht ich habe verständnis dafür dass es leute nervt und ich bin auch kein mensch der sagt jeder muss jetzt mein kind akzeptieren ja ich bin kein egoist dass ich habe da vollkommen verständnis für es gibt menschen die wollen einfach keine kinder und diesen genervt von kindern insbesondere auch sag ich mal die ältere fraktion die sagen so ich will eher meine ruhe haben habe ich vollstes verständnis für absolut das möchte ich einfach an dieser stelle betonen sich dann aber aktiv in diese situation einzumischen mit eigentlich überhaupt keinem ziel weil da ist ja kein ziel wenn der mein kind anbrüllt während sie schreit und weint und sagt aua und das tut weh und hast du nicht gesehen schreit sie an was sie für ein furchtbares mädchen ist was hat diese dieser eingriff in diese situation für ein ziel außer dass ich mich in dem moment äußere wie scheiße ich dieses kind eigentlich finde mir fällt kein anderes ziel ein was hat das für ein ziel einer kassiererin eines relativ großen einkaufs landes der edeka nord gruppe angehört riesiges unternehmen mit dem finger zeigt beziehungsweise diesen spruch bringt ich kriege hier gleich einen hörsturz völlig abfällig irgendwelchen anderen kunden und danach uns gar keine beachtung schenkt völlig abfällig was hat das für ein ziel kann mir die fragen nicht beantworten lange darauf umgegrübelt aber ich habe echt gedacht okay gut ihr wisst es ja nun mal ihr wisst meine frau und meine tochter sind hier in dieser klinik noch bis zum 25 8 also zwei solche situation so kurz hintereinander erst das ding letzte woche freitag und jetzt das gestern das war schon ich bin eigentlich mensch der sagt man gewöhnt sich an alles aber ich glaube diese aussage muss ich mal ganz klar revidieren man gewöhnt sich nicht an alles ich erwarte ich glaube das habe ich eben falsch gesagt ich erwarte nicht von meinen mitmenschen dass sie es akzeptieren oder tolerieren das nicht ich bitte ich bitte inständig um verständnis das ist alles das einfach eine bitte eine bitte mein kind nicht direkt anzusprechen wenn es ein meltdown hat auch wenn derjenige es nicht weiß gerade weil er es nicht weiß sich als fremde menschen aus diesen situationen rauszuhalten insbesondere wenn man dann auch noch irgendwie mit diesen menschen als kunden arbeitet das ist einfach nur eine bitte und ich glaube da spreche ich auch für viele andere autisten und da spreche auch für viele andere eltern die autistische kinder haben meine frau hat gestern diese situation auf ihrem instagram profil in ihrer story veröffentlicht sie hat der edeka nordgruppe auch ein e mail geschrieben das habt ihr vielleicht gesehen müsst ihr mal gucken die sie wie hier bei instagram da hat sie die e mail die sie dahin geschrieben hat einfach noch mal öffentlich gemacht daraufhin hat sie unheimlich viele zuschriften bekommen unheimlich viele zuschriften positive zuschriften dieses aber auch zuschriften unheimlich viele von anderen eltern mit autistischen kindern die sagen kennen wir alle auch solche situationen sind ständig vorhanden das sagt mir aber auch mit unter das ständig wirklich ständig die akzeptanz der menschen immer schlimmer wird und das schon krass was sagt ihr dazu so ein t-shirt anziehen ja oder nein werdet ihr in der situation reagiert an meiner stelle könnt ihr gerne mal in die kommentare schreiben aber ich glaube 1 ich glaube es nicht ich weiß es steht definitiv fest wir müssen uns ein richtig dickes fehl anfressen für die zukunft wollte ich euch nur mal mitteilen mark hoffmöllen an euch die info ich glaube das ist selbstredend dass wir bei euch nicht mehr einkaufen werden in diesem sinne wünsche ich euch noch einen schönen abend haut rein bis die tage bei sie